So, der Nils und ich, wir sind unterwegs heute zu Fuß am Wochenende mit den Fahrrädern und genau dahin werden wir jetzt nämlich laufen zu MHW Bike Shop. Was machen wir da Nils? Da kriegen wir unsere Fahrräder gestellt für das Wochenende. Da fahren wir um den Landkreis einmal drei Tage lang. Das ist das Glück mit dem E-Bike. Das wird krass, aber wir sind auch so richtig untrainiert. So, jetzt zeigen wir unsere coolen Bikes. Tada! Das sind echt cool. Wir haben ein Licht. Wahnsinn, das interessiert die Leute jetzt. Okay, das coolste ist. Der Sattel geht hier hoch und wenn man kräftig ist, auch wieder runter. Meine Reichweite in Turbo-Modo. Man kann natürlich auch auf Eco gehen, dann haben wir 113. Krass, voll die lange Reichweite. Es reicht uns auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja echt Schiss, dass wir zwischendrin aufladen mussten. Und jetzt zeigen wir noch ein bisschen was. Also der Sattel ist natürlich definitiv das coolste dran. Ja, es ist schon geil, weil man es auch so nicht kennt. Na? Ich bin auch Eco. Es hieß, wir können auch durch die Wiese fahren. Das tun wir gleich mal. Oh mein Gott! Funktioniert. So, wie man sieht, haben unsere schönen Fahrräder leider keine Fahrradständer. Aber wir haben einen Trick gelernt, wie man die anlehnt. Und zwar einfach mit dem Hinterrad. Ja. 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 Die sind auch ganz leicht, die Fahrräder. Einfach mit dem Hinterrad anlehnen. Dann kann man da rückeln. Und rückeln und das wäre ich nicht um. Boah, das ist mir gefallen. Aber es steht noch. Ey, es ist richtig, richtig cool. Danke auf jeden Fall an MHW Bike, die uns die Fahrräder zur Verfügung stellen und uns wirklich gut unterstützen. Danke!